Hey Jimmys, was geht ab? Hier geht's wieder zu einer Fußball-Challenge. Diesmal seht ihr hinter uns, die Bälle sind in einer Reihe. Oft sind zwei, vier, sechs, acht, zehn Bälle. Zehn Fußbälle, die wir uns gegenseitig jetzt aufs Tor schießen werden. Wir machen wieder Schnickschack-Knock, wer anfängt. Und der Verlierer, der bekommt mit der flachen Hand einen Klatsch ins Gesicht. So, dann geht's los. Schere, Stein, Papier. Okay, ich fang an und ich sag, du schießt zuerst und ich geh ins Tor, weil dann kann ich wissen, wie viel ich nachdenke muss. Ich muss ein bisschen mit meiner Hand aufpassen. Viele wissen vielleicht, wie war er? Er ist gebrochen. Und, Leute, jetzt geht's los, Alter. Ich zieh jetzt auch nicht so hart. Ach, brauchst nicht. Ich halte eh alles. Wie soll ich den halten? Der geht daneben. Okay, drei hast du rein. Jawoll. Ja, Leute, schon zwei daneben. Zwei Stück schon. Nein. So, hab ich den gehalten, oder so. Kann doch nicht sein hier, Mensch. Das war der Fickenschuss. Da ist er drin. Hab ich den gehalten? Und in der Lastteilung hab ich reingemmelt. Hab ich den gehalten? Nein, nein, nein. So, Leute. Er hat vier Bälle reingemacht. Das heißt, ganz einfache Mathematik. Ich schieße fünf rein und hab's den gewonnen. Und das machen wir jetzt auch. Keine Frage. Kann nicht wahr sein, Mann. Der erste ist schon direkt daneben. Zwei daneben. What the heck? Aber, was er nicht weiß, Alter. Den haust du mir jetzt voll rein da. Mann. Das kann nicht wahr sein, Alter. Hält ihn. Sechs Bälle? Du musst noch vier Tore schießen, Leute. Zwei halte. Du musst alle vier reinmachen. Noch drei, komm. Junge. Junge, was, Junge? Junge, was, Junge, was? Okay. Drei Bälle hab ich noch. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wer du bescheißt. Zwei muss ich noch reinmachen. Okay, let's go. Nein, was? Wir haben noch drei. Zwei. Wir haben uns vertan. Zwei muss ich noch machen. Zwei. Der war so schlecht geschossen. Jetzt muss ich beide reinmachen. Die letzten beiden. Ich wünsch mir Glück. Was? Wie hat der Ding gehalten? Wie hat der Ding gehalten? Ja. Juhu. Juhu. Da müssen wir auch einen Großkau machen. Also, was hat der noch? Tja, Leute. Wieder verloren. Und jetzt knall ich den letzten Ball so auf Mann. vorbei, vorbei. Gewinner. Komm wieder. Bin ich zu schlecht oder was? Was ist denn da los? Junge, er hat aber auch einen Ball gehalten. Alter, Junge. Und jetzt nicht mal Torwart so. Okay, Leute. Jetzt geht es um die Bestrafung. Ich bin ein Ehrenmann. Das heißt, wer kassiert, verliert. Ja, und in diesem Fall stimmt das auch. Also, komm, hau rein. Wie war das? Wer verliert, muss kassieren. Leute, das war es noch wieder vom Video. Ich habe es euch gefallen. Wie immer wird Peter bestraft. Leute, das war es für ein Video. Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, freu ich mich. Das bemerkt ihr. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tausend. Tausend.